Dieser Ford Mondeo steht hier zum Verkauf. Der graue Kombi hat fünf Türen und bietet fünf Sitzplätze. Der Kombi bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Isofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Dachrailing und vieles mehr. Unter der Haube gibt der Benziner eine satte Leistung von 239 PS an ein Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 7,5 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 37.439 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.